Yo Leute, was geht ab, euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute, ihr sitzt schon am Titel, wir machen heute nochmal einen kleinen Deathfront zusammen mit Schmacki, was geht ab? Ach, schön, Bruder! Alter, wieder heute hier im Deathfront-Modus am Start, denn Leute, ihr seht schon im Hintergrund, wir machen heute mal den Area 51 Deathfront. Und wer von euch nicht weiß, was Area 51 ist, Area 51 ist quasi... Alter, wie oft hab ich kein Area 51 gesagt. Ja, Bruder. Auf jeden Fall, Leute, Area 51 ist quasi so eine Geheimbase in Amerika, also vom amerikanischen Staat, das gehört der CIA, glaube ich. Auf jeden Fall gibt's halt super viele Gerüchte, dass da halt Aliens sind und das ist ja anscheinend mal ein Ufo gelandet und die das da hingebracht haben und dort halt das Ganze so erforschen. Und jeder glaubt daran, sogar mein Dad glaubt, da sind Aliens, also ich glaub nicht, dass da Aliens sind, aber man weiß es nicht, Leute. Und wir sind jetzt auf jeden Fall hier in Fortnite eingebrochen und müssen jetzt hier ganz schnell wieder raus, weil wir gerade schon erwischt wurden. Und deswegen wirklich sagen, Digga, wir müssen jetzt richtig Gas geben und hier rauskommen. Okay, Bruder, ich zeig dir das mal, ja? Ganz kurz, warte, warte, warte. Ja? Ich hab absolut keinen Bock, dass ich jetzt hier wieder ausraste, weil beim letzten Deathrun, Leute, ihr habt's gesehen. Boah, Bruder. So, hey, muss man hier nicht komplett durch? Du rastest bei jedem Deathrun aus. Jo, tschau, ne? Hey, warte mal, man muss doch mal mit einem Try direkt rüber. Digga, ich bin auch gestorben, oh mein Gott. Man muss doch mit einem Try direkt rüber. Warte, vielleicht so? Nope. Kann gut sein, aber ich glaube, man muss vielleicht sogar Jump'n'Run machen da. Ich glaube, man kann gar nicht drüber. Man fliegt immer gegen diese. Okay, dann lass hier rüberspringen. Oh. Loin, ich bin schon drauf. Also das war sowas von schlecht. Wenn ich da jetzt hochspringen, knall ich gegen das Ding. Kann man das schaffen? Nee. Junge! Ja, das Ding ist, hast du geschafft? Junge, Flak, was ist schon wieder los? Das Ding ist, der Deathrun hier soll ultra schwer sein. Also Leute, wie gesagt, ihr könnt ja auch gerne wieder selber mal abchecken. Aber der soll wirklich krass schwer sein. Deswegen bin ich jetzt einfach umso mehr gespannt. Wo muss ich hin? Nö, ich war so knapp davor. Hä? Bruder. Oh nee. Hey, Mann! Hab ich's nicht geblockt? Nee. Nee, nee. Schade. So, warte. Hä? So? Zack. Loll. Hä? Ey, Mann, kommt da? Wie bist du da drauf gekommen? Wie, 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 wie schafft man das Ende? Wie, 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 wie? Wie, wie, wie? Fick dich. Ah, ja. So, komm, let's go, zack. Bruder, ich brauche Hilfe hier. Wie mache ich das? Ich brauche Hilfe in meinem Leben. Ich wünsche dir ganz viel Glück, Theo. Ciao. Ich kann mal kurz die Aussage anrufen. Könnt ihr mir kurz verraten, wie das hier mit dem Dashboard funktioniert? Danke. Ja, äh, natürlich. Glaubst du's, oder was? So, hier drauf. Dann eins runter. Jetzt wieder oben drauf. Ja. Ich bin drauf! Nice, nice, nice. Jetzt soll aber nach oben, nach oben. Nein, nach unten, Digga. Hä? Ja, hier. Ne, so schau... Hä? Bruder, ey. Bruder, nice. Oh mein Gott, warte, man muss hier draufbouncen. Oh, ist eklig. Ich glaube, man muss nicht da draufbouncen. Okay, Leute, man muss nicht hier draufbouncen. Oh, du liest es schwer. Ja! Junge, hör mal auf, so Schadenfreude zu haben. Bruder, wie lenkt man denn da so easy nach rechts? Ne. Ah, Digga, ähm... Du wirst es niemals schaffen. Ha, 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 ha. Ah, lieber Schamocki. Richtig kurz, oder komm. Wir machen es einfach nochmal rückwärts, ne? Kann ich schon weitermachen, oder muss ich jetzt hier auf dich laufen warten, Digga? Du kannst ruhig, nee, du kannst ruhig weitermachen. Ja, komm, bevor ich dann aber hier den Deathfront schon zu Ende spiele, da warte ich lieber. Alles klar, schafft erst mal das nächste Level. Oh, ich krieg die ganze Zeit. Nein, hast du das gemacht? Ne, man kann es hinten nicht schaffen, weil die Dinger so oben sind. Aber, Digga, es ist easy, ich schwörs dir. Digga, das ist nicht... Du bist zu schnell. Du bist zu schnell. Ja, ich bin echt zu schnell. Digga, was hat das Ding für eine Hitbox? Ich mach nur schonmal das nächste Level. Ich probier's. Ich hab nicht gesagt, ich schaff's, Leute. Ui, okay, das wird Level-Triggert, ich werd' unnormal. So, ich glaub nämlich, warte, kann man langsam machen, oder geht das Speed weg? Ich glaub, das Speed geht weg, wenn man langsam macht. Zack. Gut, da, de. Zack, Digga. Hast du es geschafft? Hast du es geschafft? Ja. Ja, okay, weil ich bin jetzt hier, dann mach ich auch weiter. Ja! Ich bin drauf. Ich hab's Level geschafft. Ich hab's. Heiß auf. Digga! Okay, nicht First-Try, aber Second-Try. Alles? Guck mal, wie er direkt... Ah, ja, Bruder. Wie er direkt nachmacht, mit langsam. Oh, Overboard. Digga, ich muss halt das machen, was funktioniert. Overboard. Ich kann diese Dinger nicht lenken, ne? So, wo ich da... Hä? Ah, man muss, äh, über diese Wand. Okay, Leute, warte, 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 ist ja easy. Hä? Das ist ja voll easy. Also, wenn das Level schon war, da muss ich auch ganz direkt los. Für Lukas ist irgendwie alles easy, mittlerweile. Ach. Boah, fast, Digga. Fast First-Try geschafft. Nein, das ist nicht so einfach. Ach so, okay. Ja, du schaffst nicht mal da... Alter, das war so leicht. So. Es wird noch gekarmert. Ja, Bruder, das war... Das war's dann. Äh, ich lebe. Wie? Shit. Oh, welcome back. Welcome back in the game, bruh. Pass mal auf. So und hoch. Und runter. Genau. Ja, Bruder. Hast du geschafft? Ich hatte es fast so knapp. Ja, 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 easy. Nein. Boom. Und Impuls-Ding. Oh, das nächste ist ein Impuls-Level. Aber. Als ob du das so easy schaffst. Aber. Das ist voll. Was? Nein. Ich wollte Trick 17 machen mit dem Hoverboard einfach. Aber das ist ja ein bisschen assi gewesen. Ja, danke dafür. Ach so, man muss Doppel-Impuls-Play machen? Ja, deiner hat mich gerade in die Fallen geworfen. Geil. Ich muss hier an der Stelle raus. Digga, was für ein Doppel-Impuls-Play. Pass mal auf, ich zeig dir, wie es geht. Hä? Nicht mit Drip-Bot. Hä? Geh mal weg. Hallo. Hä? Warum geht das? Hä? Seit wann kann man einen da schlagen, Digga? Geil, Digga. Ey, du bist... Ich hab dich mega vergewaltigt, Alter. Pass mal auf, Junge. Digga, du bist ewig broken. Du bist ewig broken. Du wirst ewig broken. Ja, wirst du auch, Digga. Alter, ich raste hier gleich aus. Aber das schau ich mir an. Das schau ich mir an. Junge, tu mal nicht so. Hä? Du hast gerade so getan. Das ist ein Hammer für dich. Ja, du hast doch gesagt... Ja, du schaffst ja nicht mehr als nächstes Lärm. Hä? Du hast geschummelt. Du hast geschummelt, du hast geschummelt, du hast geschummelt, du hast geschummelt, du hast geschummelt. Das war kein Schummeln, das war kompletter Realtuck. Oh, ey. Schmocki. Peace as fuck. Meins? Lucas. Ja, stopp. Lol! Digga, warte mal. Hier ist ein Tropper. Es ist ein Tropper. Schmocki, wie soll man denn den Dropper schaffen? Wie? Ja, hier ist ein Dropper Hier kannst du nicht mal Ey, ist es schon schwierig genug Mit diesem Impuls da hoch zu kommen, Digga Oh mein Gott Ja, darf ich auch mal, oder? Joink Schön Bruder, du hast mir nicht gesagt, dass es ein Dropper ist Mit 50.000 Mini-Plattformen Ja, aber das meinte ich halt Ja, das ist eine meine Ja, Bruder Ey, wenn man das schon einmal da hoch geschafft hat Bringt dir nichts Du musst durch einen Dropper mit einer Milliarde fallen, Digga Junge, ist das schwierig Ja, ist ja ein Next Level Ich kann mit meiner Nase so an den Fallen riechen, aber das war's auch Ja, Karma, Digga, mehr kann man nicht sagen Wieso Karma? Ja, Karma, Digga, mehr kann man nicht sagen Mann! Ja, dann sagt mir deine Flugbahn Oder komm hoch, komm hoch, komm hoch Hinten rechts Hinten rechts, äh, es geht nicht, Digga, da ist auch eine Falle Nein, hinten rechts Wirklich Also rechts schräg oben Nein, ist nicht Hä? Ich war doch schon fast durch Ja, ich war auch schon fast durch Da war nichts im Weg, ich bin nur scheiße Digga, in der Mitte ist das Ding In der Mitte ist, glaube ich, der richtige Weg Junge, ich kann gerade den Impulsgranat nicht teilen Das ist so schlecht Ich probiere jetzt einmal das, was du gesagt hast Bruder Das war's, Bruder Ey, ich schwöre, ich hab's doch nicht berührt, Leute Leute, ohne Scheiß, probiert das ganz hau mal aus Ihr seht ja den Code hier eingeblendet Ihr könnt da ja einfach auf die Map draufgehen, wenn ihr Bock habt Ey, Mann Viele schreiben bei Mörder und so immer mir in die Kommentare Yo, wie heißt die Map? Kann man da mal drauf zocken? Ähm, aber die Mörder-Maps sind immer alle selber gebaut Deswegen kann man da nicht drauf zocken Ich bin drauf, hast es geschafft? Ja, ich hab's geschafft, aber ich komm nicht durch Digga, es ist die Mitte, ich schwör's dir Es kann nur die Mitte sein Ja, aber ich berühr doch nichts Ich bin mit dir Mal sehen, ob man irgendwo einfach runterfallen kann, so weißt du Digga, du spielst zu weit, ich sagst du Nein, ja, ich weiß, aber da kann man durch Da oben rechts ist eine dicke Lücke Boom Ja Halt's den Maul Ja Wie? So wie ich's gesagt hab Mitte oder was? Oh mein Gott, was kommt denn jetzt? So ein um die Ecke Jump Ey Schmocki Nicht in die Mitte, schon Richtung oben rechts Aber halt nicht komplett rechts, sondern Da wo halt zu viel frei ist Ja, ich weiß, wo halt zu viel frei ist Das war die ganze Zeit meine Route, aber ich schaff's nicht Wie hast du das so easy geschafft? Was? Ich hab das nächste Level auch schon fertig Nein Okay, jetzt ist es gegangen Das war aber echt schwer Das so um die Ecke Jump die ganze Zeit Da musste man auf die andere Seite und so Ja Das war voll flexibel Aber hey Leute, wir warten jetzt erstmal, ne? Kurze Pause Okay Ich hab Level 8 jetzt auch schon geschafft Halt's den Maul Ich hab schon Level 9 Nee Ich schwör's dir Oh Bruder Das wär's jetzt an der Stelle komplett gewesen Leute, was geht jetzt hier ab? So behindert Das war schon zu lang Nee, es hat geklappt Boom, Digga Level 10 This may be Hä? This may be The easiest final level Ever Aber steht nur You can't even die Steht immer maybe Use code in the item shop Da kam mal kurz die Werbung auf Nacken Das des ever ends Defeat all the 100 Aliens to complete the map Schmocki Ja? Hier liegen drei Waffen Okay Soll ich's alleine vollenden? Digga, bitte beende es, weil ich komm hier nicht durch Ich... Das ist ekelhaft Okay Leute, ich zerstör mal nur diese fetten Dinger Weil die anderen können wir gleich noch schlagen Ey, ich glaub ich kann das nicht allein schaffen Wieso? Meine Muni ist gleich leer Da hinten ist eine Kiste Es spawnen wieder neue Und diese dicken Viecher machen ultra die Damage Oh lol, es spawnen immer wieder neue Und... Let's go Oh shit Schmocki, ich bin runtergesprungen Und? Da kommen Riesenfiecher Was hier drin? Munition Oh, 9.000 Muni Bruder Die laufen alle hinterher Nein Aber ich glaub, ich hab's jetzt gleich Digga, da steht 100 Zombies Aber es kommt immer mehr und mehr und mehr Ja, Bruder Ja, gut 100 ist ne Menge, ne? Ja, aber ich hab auch schon echt ne Menge gekillt Waren das alle? Ne Yeah Wahrscheinlich Was denn? Bruder Ja, wie viele Mems gekommen? Äh, wie viele Mobs? Äh, Mobs? Ja, ich hab's geschafft Oh nice Danke Oh, Leute Wir haben's geschafft auf Area 51 rauszukommen Oh mein Gott Ey, ich hab ohne Scheiß gehofft, du schaffst an das Level Weil das nächste Hab ich geschummelt mit Impulsgranaten Das hätte ich normal niemals geschafft Ähm Digga, ich schwöre, das war so eklig Das Level Ja, das ist danach Ich wollt's dir halt einfach nur nicht sagen Damit du da dran verzweifelst Ich will echt bei dir sehen Wie du da durchgeschlüpft bist Ja, Bruder Das kannst du machen Denn mit meiner Taktik Wie ich's dir von Anfang an gesagt hab Ah Da sehen wir uns auch nochmal wieder Dass das noch passiert in diesem Jahrhundert Bruder Ja, genau Leute Wenn's euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Würde mich sehr, sehr freuen Schaut gerne auch bei Schmocky vorbei, Leute Für andere Fresh-Footnight-Videos Und dann würde ich sagen Wir sehen uns morgen beim nächsten Video Haut da rein Und macht's gut, Leute Peace